Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 3 Reap of Souls wir machen mal schnell hier wieder alles verkaufen verkaufen, alles verwerten Geschenke abholen und so weiter und so weiter jetzt dabei ja wir haben die Lea dabei und wir sehen jetzt auch mal ein bisschen gleich aus wir haben ein bisschen gefärbt ja das ist jetzt brown ja braun ist das neue schwarz richtig ich so ich bin ja mal gespannt wo es jetzt weitergeht hoffentlich taucht nicht wieder so ein die Jau vor allem müssen sie sie ist es kann sich still hier wenn man alles wegschlachtet dort und Orsha wird bei uns verpasst das Recht habe ich eine vielversprechende Fertig eine Familie in der Nähe von Neutristram hat eine Familie da hallo Herr Schuft das war das Buch von ihm wir haben da ein Buch gefunden Schuft eine Freundin Töten was soll sie geben sie ist nur eine Bauern noch die Kürung mach auf das kann ich mal eine coole neue Fähigkeit davon immer testen Prozent was das mit ihr und von der zweiter war noch mein Stammkampf dazu aber was so das wäre die Wern die Läden die drei Schuhe als Abschneider ja und neuer für das Hals zum Namen schaubt will die aufrecht Föhn selbst auch der ist schon tot der ist ja schon tot doch ist das ist es Klappe Wow! Hast geseh mich dass er herbeigehoben hat? Riesenschwert ja das trifft warte mal kurz das ist das ein Riesenschwert ja ich will die Riesenschwert klar er kommt ihr mal der Kräger und es gibt seinen Namen alle Ehre er hat das ist in der Tat ein Riesenschwert müssen wir nicht erst mal mit der Tochterladen so Polo ist die Lippen durch den Kreuzzug anschließen es ist ein Stein zu das ist ein Frieden du bist immer das Gold du schuft mal ruf erst mal gespuckt hier Moment mal das Relikt ist eine Fähigkeit bei den Göttern ich hätte es wissen müssen bei den Göttern ja ihr seht so aus als könnte die Hilfe gebrauchen ja ich will bestimmt nicht hier da oben ach der gefludete Tempel jo hallo Herr Schuft hallo Herr Schuft hallo Schuft hallo Schuft verlobte sehe ich aus wie jemand der heiraten würde übrigens ich bin Lündon hallo Lündon ah ja ok brauchen wir den nein nein wir sollen zu dem Keller der Unergie zu den brennenden Wächter ja zu dem ups naja läuft laut aber du mal bleiblich vom Ober hallo Herr Lärig seit ihr hallo klar sind wir Nephilim nein also eine weitere voll ah meine Ligen natürlich sind wir Nephilim oh ich hab Shadow Man 2 gespielt m ich rüber durch ich bin fast Level 20 beschafft euch das Fanal der Ära aus der Ruhe oder bla 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 ein Knochenhaufen Knochiger Haufen. Im Uhrzeigersinn. Im Uhrzeigersinn. Ich wär so geräuschlich. Vielleicht die da? Das ist die Geister, das haben wir die Geister wieder. Oh nein. Mein Akkumulator gibt ein Geister. Das Kontrollgerät ist fast leer. Ja, dann muss ich beide mal, glaube ich, mal ein Kabel anstöpseln. Ja. Geist. Es gibt keine Geister. D. 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 Ah, ich hab Kontrollverlust. Ich brauch den Altraum. Na, schon wieder. Noch nicht bereit. Ich hab's. Ich muss ihn toten. Ich muss ihn ruinieren. Ich muss ihn ruinieren. Ja. Wir haben gesiegt, ja. Ja, rechte. Verreckt du, Sao. Ich brauch ihn. Kann ja endlich wieder auf Dreieck drücken. Ein Schatz geholt. Ja, vier Ecke drückt, der Woll. Ja, aber der Eck in Schnelldruck. Ja. Alles aufheben. Alles nur für dich. Ja. Hab's gemerkt. Ich weiß nicht warum. Ich werd irgendwie benachteiligt. Das macht doch nichts dafür. Ich bevorteilig. 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 Vorzug, ich weiß. Ah, ne Ketten aus. Ist ja unfassbar. Ich werd gar nicht bevorteilig. Höchstens bevor urteilig. Genau. Von dir. Ja. Manchmal. Wenn man diese Tempelritter denkt, voll die wären Snobs. Ja. Ah, war ein Goldener. Ah. Wurde gott befestigt. Ja. Wurde gott befestigt. Das hat mich auch nicht so gestört. Das geht noch nicht. Oh, erstmal alle ranholen. Ja, muss uns das los so weit laufen. Ich kann mich wieder nicht bewegen. Das ist mehr. Oh, ne Streit darfst du nicht. So. Das war es ja schon wieder. Da war es. Kommt ein Geist. Okay. Das war es ja schon wieder. Ja, das waren zwei Geister. Wir haben einfach hindurch gesch... hindurch geschlagen. hindurch. hindurch. durch... einfach durch sie durch. So einer ist nur normalerweise mehrere. Mal. Schon. Doch so ein Geist. Er ist weg. Er ist verschwunden. Ich glaub, da sind einmal rum. Ja. Ja. Dann könnten wir ja eigentlich da mal so jetzt ein Stückchen reingehen. Ja, nehmen wir mal hier vielleicht die Gasse? Oder? Ja. Ja, geh mal durch die Gasse. Wir können ja hier noch links laufen. Ja, ja, okay. Gut dran. Das Gold! Okay. Ja, so langsam lichtet sich das Gebiet. Da sollten wir vollen leicht mal reingehen. Jetzt schon. Ja. Jetzt schon. Jetzt schon. Jetzt schon. E2-Stumme machen müssen. Ja, stimmt. Allerdings sagt, dass unser Volk die bevorstehende Schlacht überleben kann. Okay. Aber ich habe... Das mal ranholen. Axt auf. Angst und Schrecken verbreiten. Ja, das ist ja auch nicht... E2-Stumm. Axt auf. Und hier wird auch er einst. O. Und. Okay, na auch ich. Brenn hier. Und die Fünfe. Böner. 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 Nämst. es muss ja recht mal nachgucken was das Wort macht irgendwas mit R1 ja heilig heftige Erdbeben fügen Gegner mehr Schäden zu nur du musst ein Ort Earthquake Arena Hähnenschubel ist so cool du du bist ja lieber die Erde zum Beben Versteckte Bär da fließt die Kuh wirst du wohl Bären aufbinden Kom her du Sau versteckt sich im Wald Alter Angst hätte ich auch stempendlich wenn so an zu so zwei Leute ankommen mit einem riesen Schwert andere Morgenstern in der Hand hätte die auch Angst ich könnte ich kann so stehen ja ein bisschen gut ist die Frau oder dort durch der Adi hat so ungefähr genauso beeindruckend wie der kleine muss eine Schockwöle machen mein Erdbeben oder Schockwöle deine Erdbeer ist Wurst äh ja das müssen wir da rein dann sind wir da rein die uralte Krypta wirklich die Krypta ist nicht uralt aber die die Gegner da kommt alle her jetzt stirbt du die goldene Sau die goldene Sau oh die voll Sau der ist leichter und noch nicht bereit okay Schockwöle alles herkommt alles herkommt mir ich hab da ein Buch aufgehoben 25% mehr Erfahrung aber die Leichen meiner Freunde zeugen davon wie töricht unsere Arroganz war die Arroganz war die Vorrede gleich mit aus ne ja sonst werden ne war unser Untergang eine Kiste Kiste oh eine Guis Arme eine Kettenhose oh das sind nur Pfeile nach unten und rote auch noch ja ich mag gern die grünen Pfeile wo nach oben gehen ja die mag ich auch lieber ja und müssen wir jetzt wieder zurück wir müssen zurück zu diesem Wächter ja okay das schaffen wir noch ey mein Schwert ist weg ich hab kein Schwert mehr in der Hand da hinten waren noch welche ich hab's gefallen ja die nehmen wir noch mit ja die brauchen wir noch mehr als gedacht mehr als gedacht ja irgendwie schon da ist sogar noch eine aufgetaucht doch nicht bereit und hängen mit der Folge die ganze Zeit ja deswegen kann ich nicht vorwärtslaufen jetzt mein Schwert wieder nach bling S S S S S Prozent nur auf die Porte ist das Wormittich möglich in die Leben okay eine drüben kommt eine drüben der Tempel steht uns offen der Tempel Tempel schaffen aber nicht mehr der überflutete Tempel und wie sie uns nach dem Leben trachten erfahren wir auch erst wieder im nächsten Part eben bis dahin bis dahin Servus